so weiter geht es mit unserem bus simulator wir sollen heute ein bisschen fahren und zwar hauptbahnhof, das ist hier unten wie viele stationen sollen wir fahren? treffel moment, ich muss gerade mal überlegen wie ich das mache steinig minimum halb 2 halb stillen so, dann geht es auch weiter mit der fetter felg da müsste das eigentlich diese haltestelle so sein oder nicht? nein abrichten, gut dann speichern wir die so, auf der stricke 16, das heißt du brauchst jetzt nicht noch mal diese stricke, jetzt fassen wir diese jetzt mit so, dann nehme ich die rote raus warte mal dann müsste das eigentlich diese hier sein ich versuche jetzt einfach die stricke zu fahren müsste aber eigentlich sein, das sind acht halbestellen, ja die sind drin, genau da haben wir mit so was zu tun wir fahren weiter mit unserem gelenk bus und dann fahren wir gehen wir rein so, zwei und gib ihn nächster halb, steinig, ost so nächster halb, steinig, ost tag, senor eins oh, ich hab ein bisschen zu viel selbstwechsige rausgegeben 10 Cent, jetzt ja, gut so wo ist denn da die haltestelle? damit jetzt ynamischer steinig, wenn und komm 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 Eine Geschirrde-Ecke, wir lassen uns raus. D-8, halte ich halt die Strecke hier. Ja, genau, überhol mich. Ja, dann, oh, leck mich doch. Wenn du meinst, mich holen zu müssen, dann schaffst du es viel. Wenn wir das alles fertig haben, dann geht es in den Hafen. Dann kriegen wir 90.000 aus, wie das jetzt ich. Steinegg, Kirche. Wir laufen dich. Ja, aber ziemlich genau. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. Tag, Standard, eine. Dann fahren wir vorbei, da. Was, Guthoffs? Standiger Gehöft, ja, für Guthoff. Aber ich finde, da ländliche Gegend hier. Na, da vorne kann man nicht weiter. Oh, äh, ich bin ein bisschen zu weit vorgefahren. Okay, da möchte ich gerne aussteigen. Das heißt, wir können weiterfahren. Dann kann ich hier ein bisschen ausholen. Genau, das meine ich da hinten. Es ist verdammt eng, der Bus ist verdammt lang. Und ich komme hier genau an das Schild dran. So, jetzt sind wir wieder im Kreisverkehr, den wir ja so kennen. So. Ja, der Verdammt, verdammt weiche Bremse. So. Das war rot. Ich bin stehen geblieben. Ich stehe. Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? So. Warum redest du? Oh nein, ich hab sie verloren. Ja, scheiße, ne? Ja, die Müllzünder. Ich weiß, was wir dir drücken. Augenblick? Und der nächste drückt der. Also, zwei neue... Ein Müllzünder und zwei Schwarzfahrer. Naja. Ich muss ja nicht aufpassen, die Kurven sind teilweise so eng. Dass man dadurch auch mal mit dem Arsch hängen bleibt. Ja, passt manchmal auch nicht. Ah, ist das schon wieder so ein Müllsinn. So. So. Jo, bis dann. Drei brauchst du diesmal. Das hab ich ja noch nie verkauft. Standard. Drei. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Jo. Tag. Standard. Eins. Danke. Boah, ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Ja, die kommen immer, wenn es... Allgemein... Wenn sie viel Serien, wenn es spannend wird, oder Filmen... Immer dann, wenn es richtig spannend wird, kommt nicht an Werbepausen. Ja, ich kenn das. Das ist tatsächlich nichts Neues. Die Ländlergasse. Da dauert wieder einen Moment, weil da vorne wieder einer steht. Du rennst erst mal hier gegen das Schild. Alles klar. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier rumkomme. Das ist alles nicht mehr so einfach, wenn wir mit den kurzen Bussen... Die Ländlergasse ist ja Hauptbahnhof, glaub ich. Tschüss. Gehen Sie weg! Die Tür geht nicht zu! Ähm... Moment. Hier. Eine Woche. Ihr bist student. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, einzeln. Standard. Danke. Also, der Bus ist ja hinter mir. Der will ja... Ja, jetzt habe ich ja, genau. So soll ich, dass ich hier ohne Brune durchkomme? Der lässt mich durch. Wunderbar. Da habe ich auch genug Platz, um auszuweichen. Jetzt kommen wir an den gerade erst freigeschalteten Hauptbahnhof. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. An Christina. So. Danke, dass du... Tschö. Schönen Platz machst du bei LKW. Ja. Ja. So, die nächste Stelle hält die Stelle. Hier sehe ich hier, sondern eine weiter nehme ich hier. Zweite rechts. Naja. Böder Ampel. Gut. Okay, das ist... Ein Zug da. Ja, solange mir nicht immer ein Bus kotzt. So, alle mal raus. Ich habe da mich schon Müll eingesammelt, aber noch nicht. Wo ist denn der Müll? Da. Da. Der ominöse schwebende Kaffeebücher. Gut. Wir haben es. Ja, ich kann es in vier Stellen hin. Aber neue Gegenstände und Level 13. So. Gut. Dann gehen wir mal auf den Streckplan. Haben wir die Aufgabe jetzt erledigt? Nö. Natürlich nicht. Das ist natürlich blöd. Dann ist jetzt hier wieder. Verbinde die hier vorgeben und rumgestreckten. Das ist hier unten die. Hohestrasse. Warte mal. Dann machen wir die mal raus. Na, das ist, glaube ich, die hier. Die Strecke. Warte mal. So. 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 So, das ist die hier. Mit maximal 8,5 Grad war. So, warte mal. Also. So. So, dann geht es nach Schafetterfeld. Ach, die geht erst mal gar nicht da durch. Ich dachte, die geht erst mal über die Autobahn in den Moment fahren. Okay. Ja, nicht. So. Also. Machen wir es nochmal zurück. So. So. Hauptbahnhof. Schäufe der Feld. Steine krank. Ist das die hier vielleicht richtig? Aber nicht jetzt. Machen wir mal der nächsten Folge. Okay. Wo haben wir nach was.